Ein Grund mehr Drucker zu hassen. Und Autos. Gleich vorweg, die als 9,9 kritisch auf Twitter angekündigte Lücke in allen Linux-Systemen ist nicht ganz so kritisch wie angekündigt, aber trotzdem da lohnt es sich hinzuschauen. Und Sam Curry und seine Kollegen haben sich wieder einmal das Ökosystem Auto angesehen. Aber zuerst zu den Druckern. Auf X hat Researcher Simone Margheritelli oder Evil Socket angekündigt, dass er eine Lücke gefunden hat, die in quasi allen Linux-Systemen irgendwie existent ist. Und dass er da die Details veröffentlichen wird. Das Wort unauthentifizierte Remote Code Execution in Linux-Systemen, das lässt natürlich aufhorchen. Potenziell ist da die Angriffsfläche riesig. Ist doch Linux in der einen oder anderen Form auf fast allen Servern irgendwie vertreten. Aber dann werden die Details veröffentlicht und das große Aufatmen. Es ist nicht so kritisch wie gedacht, aber trotzdem gar nicht so ohne. Und zwar konkret geht es ums CUPS, das Common Unix Printing System. Das hat eine Komponente, die CUPS Browse D, die auf UDP-Port 631 hört und mit der man sich in ein beliebiges System, wo dieser Dienst läuft, einfach als neuer Drucker eintragen kann. Vor allem schickt man da nur eine URL hin, wo dann das Client-System sich die zusätzlichen Details zum Drucker abholt. Das heißt, man kann hier direkt einmal eine Verbindung zu einem beliebigen Server erzwingen. Was dann dieser Server zurückgibt, könnte zum Beispiel eine Definition, eine Konfiguration eines Druckers sein. Über das IPP, das Internet Printing Protocol, ist es dem Researcher gelungen, ebenso über diesen Exploit einmal einen beliebigen Drucker einfach so auf einem Client-System hinzuzufügen, ohne das Zutun der Nutzer. Und spannend, man kann auch damit Drucker überschreiben, wenn man weiß, wie die Systemdrucker heißen. Schritt 2 in dieser Exploit-Kette ist also, einen Drucker am Opfersystem hinzuzufügen. Das an sich ist aber noch keine RCE, die kommt über die PPT, die Postscript Printer Description. Das ist eine Datei, die die Konfigurationen zum Drucker enthält. Welche Features hat er? Wie viele Prozent der Zeit funktioniert er nicht? Welche Rituale müssen User machen, damit er dann endlich doch zu drucken beginnt? Das alles ist in dieser Datei drin. Und da drin geht es zu, wie es nur in einem System zugehen kann, das über Jahrzehnte organisch gewachsen ist. Da gibt es zum Beispiel die Komponente Fumatic-Rip. Mit der kann man einen Kommandozeilen-Befehl konfigurieren, die bei jedem Druckvorgang ausgeführt wird. Eine beliebige. Das ist also die Remote Code Execution. Das wurde zwar in der originalen Fumatic-Version irgendwie schon gefixt 2011, dieser Fix wurde dann aber nicht portiert in das CUPS-System und jetzt haben wir den Salat. Das heißt, um diese Lücke auch wirklich auszunutzen, muss der entsprechende User auch etwas drucken. Und genau da liegt das Problem. Gut, kein Problem, aber deswegen sagen viele Personen, das ist überhaupt nicht so kritisch. Alleine dadurch, dass eine Person wirklich etwas drucken muss, dass das CUPS Browse die überhaupt installiert sein muss, ist auch nicht auf allen Systemen der Fall. Und außerdem muss der UDP-Port 631 auch nach außen offen sein, damit das aus dem Internet ausnutzbar ist. Also das sind schon ein paar Vorbedingungen, die die Kritikalität schon etwas nach unten stufen. Heißt nicht, dass die Lücke nicht trotzdem spannend ist. Ich glaube, dass das irrsinnig viel Potenzial auch in der Persistenz beim Redteaming hat, vielleicht für interne Pentests. Ich glaube, da ist noch mehr zu holen. Außerdem man glaubt gar nicht, wie viele dieser Instanzen eigentlich im Internet hängen. Die Infosec-Legende Marcus Hutchins hat einmal gescannt und ist auf über 100.000 Instanzen gekommen. Also so klein scheint die Angriffsfläche dann doch nicht zu sein. Also ja, die Lücke wurde sicher etwas overhyped auf Twitter, vor allem vom Researcher selbst. Aber er sagt von sich selbst, dass er da einfach nur das Team dazu versieren wollte, dass die da endlich einen Fix rausbringen. Also ja, den Dienst deaktivieren wo möglich, den Port nicht ins Internet hängen und das Update machen. Aber Cups ist anscheinend eine sehr, sehr spannende Angriffsfläche. Evil Socket hat nämlich hier gleich noch viele andere Bugs auch gemeldet. Da gibt es noch keine Fixes und das deutet darauf hin, dass wir da wahrscheinlich in nächster Zeit vielleicht noch mehr Lücken sehen werden, vielleicht sogar kritischere. Was noch fehlen würde, ist zum Beispiel das Überschreiben eines Druckers, dass man den Namen des Druckers erfahren kann durch eine Information Disclosure, den dann überschreiben kann und wenn dann die Person am vermeintlich standardmäßigen Drucker, wo sie immer druckt, einen Druckauftrag durchführt, dann die RCE zu haben. Das wäre vielleicht noch spannend. Also ja, chilliger als befürchtet, aber nichts, was man wirklich ruhen lassen sollte, das weiß man glaube ich noch gar nicht, was da vielleicht für zusätzliche Angriffsszenarien noch daherkommen. Wenn du einen Penetration Test oder generell Beratung hinsichtlich Application Security benötigst, dann schreib mir einfach unter martin.at. Zu Sam Curry und Konsorten, die haben nämlich gekocht. Und zwar haben sie sich Kia angesehen. Die haben vor kurzem schon mal Autohersteller gehackt. Ich habe berichtet, jetzt haben sie weitergemacht. Und zwar haben sie sich eine Angriffsfläche angesehen, die sie damals nicht betrachtet haben. Konkret geht es um Kia Dealership Plattformen. Und ja, wenn sich im Blogpost so eine Liste befindet, wo alle Modelle seit 2014 aufgelistet sind, inklusive Emojis, ob zum Beispiel die auf die interne Kamera zugegriffen werden konnte, ob gehupt werden konnte remote oder ob das Auto entsperrt werden konnte. Dann weiß man, da ist irgendwie was schief gegangen seitens Kia. Die Hacker haben es geschafft, sich einen Auftoken für die Dealer Plattformen zu gönnen, indem sie sich einfach registriert haben und hatten dann Zugriff auf alle Personen, die einen Kia gekauft hatten und den natürlich da registriert hatten. Das heißt, so konnten sie persönliche Daten von den Besitzern und Besitzerinnen herausfinden. Und das war dann auch alles, was nötig ist, um sich, ohne dass die Besitzer, Besitzerinnen das mitgekriegt hätten, sich selbst als Primary Owner in das Fahrzeug einzutragen. Das dauert ein Weilchen, aber dann kann man das Fahrzeug einfach so fernsteuern. Da gibt es zwei Demos, die haben das Ganze in ein Tool gegossen, das Kia Tool. Und zuerst hier sieht man, wie sie ein beliebiges Fahrzeug übernehmen und hier orten sie das Fahrzeug dann. Alles gefixt, aber trotzdem irgendwie ein komischer Beigeschmack. Viel zu viele Unternehmen sind plötzlich Softwarehersteller, ohne zu wissen, was das alles beinhaltet. Und da sind die Autohersteller vielleicht sogar noch weiter vorn als andere, aber trotzdem noch nicht so ganz da. Ja, für mich ist auf jeden Fall dieses im Kreis fahrende Auto der Loading Indicator des Jahres 2024. Lustig. Bis nächste Woche. ... ... ...